Weil das an einem anderen Ort etwas machen immer interessanter ist, mal primär, als an dem Ort, den man gut kennt. Und damit nehmen wir in Kauf, dass wir weniger verdienen, dass es komplizierter ist. Aber gleichzeitig ist das Kompliziertere ja auch ein Mehr an Auseinandersetzung, ein Mehr an sich reiben, gegenseitig, aber auch mit anderen Kulturen. Und der Falle des Schweizer Architekten, der weiß, wie es geht, zu entkommen. Lustigerweise war das eigentlich ein Gründungsgespräch, war das schon ein Teil der Absicht, dass wir das machen. Weil wir realisiert haben, dass wir doch sehr unterschiedliche Charakteren sind. Und dass es unterschiedlich in Richtung kam. Simon war in Rom, in Berlin, ich war in York und auch Thiele hat den Austausch gemacht. Und als wir uns da zusammen gehofft haben und überlegt haben, wie wir heißen und was wir genau bauen möchten, oder wie wir quasi vorgehen möchten, war einer der Themen, das wir von Anfang an interessiert sind. Lass uns doch eben versuchen, auch Projekte zu machen, wenn immer möglich. Also es ist das andere, es ist das nicht Schweizerische und nicht primär eine Affinität mit jetzt Amerika oder China oder so. Und das hat sich dann über zufällige Begegnungen ein bisschen eingeschränkt, wobei wir bis heute auch immer ja sagen, wenn es jemand aus Panama kommen würde, würden wir auch nicht ein Einzelnen. Ja, ich denke bei uns, die wahrscheinlich im Allgemeinen und bei uns sicher, sehr stark das Thema im Auslandbauen ist auch ein Thema von Zusammenarbeit und Kollaboration mit anderen Partnern oder anderen Kollegen, Architekten. Und ich denke, das hat sich einerseits so ergeben und bei diesen Gründungsgesprächen war nämlich das auch eng miteinander verknüpft, dass wir gesagt haben, wir wollen mit anderen Leuten zusammenarbeiten, dass wir, wir glauben jetzt nicht an sich, an nur diese eine generöse Idee, sondern lass uns versuchen, etwas zu entwickeln mit unterschiedlichen Autoren. Das war in Jinhua. Das ist die erste gemeinsame Reise, die wir wegen eines Projektes ins Ausland gemacht haben. Und die kulturelle Erfahrung dort, sowohl kulturell im Sinne von soziologisch, aber auch baukulturell, war dermassen verschieden zu all dem, was wir hier gekannt haben. Und es gab trotzdem dann interessanterweise viele Anknüpfungspunkte, wo Dinge einem vertraut vorkommen, die aber eigentlich ganz fremd sind. Und diese Erfahrung, das war für mich das Intensivste sicher dann. Also die Lust, auf diese Art etwas Neues zu entdecken, die ist dann natürlich sicherlich so ganz schnell gewachsen, weil es auch wirklich für mich viel ergiebiger war und nachhaltiger, als dass man es vielleicht erwarten könnte. Und es hat eben sehr viel eigentlich in Gang gesetzt von Rezeption, wie man, welche Dinge man vielleicht von Reisen mitnimmt, wie wir, oder wenn irgendjemand von uns Reisen gegangen ist und irgendwie weg war, womit er zurückkommt, was er den anderen zeigt und irgendwie den Austausch über irgendwelche interessanten oder verrückten Gegebenheiten oder Bauwerke oder Konstruktionen, die man irgendwo gesehen hat, der Umgang mit Materialien ja unterschiedlich ist. Das wird dann nicht immer gepflegt und versucht zusammenzutragen und hat dann auch direkten Einfluss auf Projekte oder auf gewisse Denkweisen, wenn man, also dass wir sicher gewisse Dinge anders hinterfragen, die wir hier wie so gelernt haben, wie man es macht oder wie man es, wie die ganze Baukultur um uns herum das vorsieht, wie man es machen würde, dass wir diese Dinge vielleicht grundsätzlich hinterfragen, wo man sich auch komplett anders machen kann oder ob man nicht eben Auserfahrung von außen gewisse Dinge wie von rückwärts denken kann, um zu einem Resultat zu kommen. Wir haben auch jetzt halt so in den letzten 15 Jahren, aber schon relativ früh, fanden wir, dass diese ganze Kontextmeierei einfach übertrieben. Also es ist nicht so, dass nur weil jetzt nebendran so ein schöner Kalkputz ist, dieser schöne Kalkputz auch auf deinem Gebäude, dann etwas Tolles produziert. Also diese Art von, so wie Anpassungsfreudigkeit der Schweizer Architektur, die mal guckt, ob es nebendran etwas hat, das ähnlich ist und dann kann man aus dem was zusammenwurschteln und dann ist es so eingebettet. Dafür hat es drei Untergeschosse und, und. Das ist eine Art von Verniedlichung von dem, was wir spannend finden, die uns eher nervt. Und deshalb haben wir relativ früh gesagt, also Kontext sind auch einfach wir, ganz doof. Wenn wir in China bauen müssen, dann ist das erstmal ein Akt von jemandem, da kommt ein Schweizer, der baut was in China und dann soll der überhaupt nicht so tun, als ob er ein Chinese wäre und dann soll er nicht so tun. Dann ist es halt eben, ich bringe was mit und ich bringe was mit, dann hast du hoffentlich etwas in der Tasche. Und bei dem ersten, wie man sagt, wir haben unseren Kontext geschaffen und wir haben uns durch überlegt, was ist der Kontext, der für uns stimmt und der für jemand anderes auch stimmt, mit dem wir kulturell wenig gemeinsam haben. Und dann haben wir uns dann eigentlich auf geometrische Fragen konzentriert von Anfang an und darüber gesprochen, wie wir diese kommunizieren können. Das heißt, die Teil der Kommunikation und die Schwierigkeiten der Kommunikation haben uns zu einer Strategie geführt, wo der Teil vom Entwurf war. Das heißt, wir haben uns überlegt, im Grunde genommen, wie können wir etwas kommunizieren, was am Schluss eine Art 1 zu 1 Market oder 1 zu 1 Modell ist, das wir dort bauen. Natürlich mit der Voraussetzung, dass es eigentlich ein programmloses, skulpturales Objekt ist. Wenn das eine Komplexitätsrufe oder zwei Intensive ist, ist das natürlich wieder schwieriger. Die Aufgabe war, Mini Structure for Children war der Untertitel. Und dann haben wir so ein bisschen einfach gesagt, ja, wir haben dort nur Kinder gesehen mit den Müttern im öffentlichen Raum, also so in Parks. Das heißt, es sollte auch funktionieren für die Kleinkinder und die Mütter. Wir haben gesagt, es sollte eigentlich funktionieren für entweder Jugendliche ohne die Eltern und Jugendliche, kleine Kinder mit Müttern und eine Art Antrittsstation. Das heißt, es kriegt eine Art Phase oder Komplexität in sich als Objekt aus einer Idee, wie es dann funktionieren soll. Vom Ort, ich meine, wir waren da und haben diese Art Wasserverbauung gesehen, aber vom Park hat man noch nicht viel gesehen. Und das heißt, wir haben dann erst mal nach einer einfachen geometrischen Form gesucht, die so ein bisschen wie Brancusi, so in der Art von 153-Segment, könnten aber noch mehr sein, es sind einfach drei für diese Funktion und die machen wir mit diesen Dächern, die dann halt sich berühren und damit das nicht einfach nur ein einfacher Raum ist, der dann zu vorne und hinten und uns Schutz führt, wollen wir diese Wand so auflösen, dass es gerade für die Kinder auch, und ja, Kinder war es nicht, dass es einfach eine gewisse Öffnung gibt. Und in dem konnten wir dann, da haben wir uns ein bisschen ausgetobt, jetzt im Sinn von, wir mussten nicht mit irgendjemandem sprechen, was heißt das für technisch, was heißt das technisch, ja, es hat eben die Freiheit von dem, der eine Idee und eine Umsetzung, also die Idee und sozusagen die abstraktere Umsetzung angeben muss, aber nicht dafür verantwortlich ist, dann alle Ausführungspläne jetzt nach Standard hier zu ziehen. Für mich in China sind es zwei Aspekte, das eine ist die geometrische Beschreibung, eines doch sehr komplexen Körpers, aber in ganz einfacher Anleitung. Das sind alles, es sind abgefaltete, die Schalungen, also die Formenpläne, das sind nämlich auseinandergefaltete, dreidimensionale Formen, wie Schnittmuster für irgendwelche Kleider. Und also die waren quasi wie, wir zeichnen den Körper, falten den ab und der gegenteilige Prozess findet da nicht immer statt. Also diese geometrische Beschreibung auf der anderen Seite und auch das Skulpturale, das bei diesem Baby Dragon sehr stark ist, und das sind auch in unseren anderen Projekten nicht immer wieder beschäftigt. Also das Skulpturale zusammen mit der geometrischen Beschreibung und dann mit einer strukturellen Form. Also für mich hat es diese drei Themen, die kommen immer wieder zusammen in unterschiedlichen Paarungsformen, aber begleiten eigentlich fast alle unsere Projekte, die wir wirklich stattfinden oder sind irgendwo, auch in Wohnungsbauten, die vielleicht eben von Grundrissen dann gar nicht zu aufregend sind, aber dahinter eine Struktur beinhalten, die wir eben wahnsinnig clever finden, die uns eben vielleicht im Planungsprozess gewisse Freiheiten lässt, die man sonst nicht hätte. Also letztendlich, als ich jetzt dort war, das war vielleicht fünf Jahre, nachdem er gebaut war, da war alles voll mit Schlüsseln, nämlich an Nummern reingekritzt und so, also das heißt, es gibt auch eine vielleicht nächtlichere Benutzungsform, dieses Fabio, wo dann abgemacht wird und so. Und das heißt, die lagert sich da ab. Und als wir dann das Ruta del Peregrino gemacht haben, haben wir schon gesehen, dass die anderen Gebäude, die werden so liebevoll hässlich zugepflastert mit Maurermeistern, die eine Plakette machen, Familie González hat diese Wanderung gemacht und dann wird das auf die Sachen geklatscht. Das heißt, wir haben das dann genannt, das wäre so wie wenn es ein Korallenriff wäre. Also unser Ding muss auch gut sein, wenn es in zehn Jahren bis auf zwei Meter zehn sozusagen vollständig zugepflastert ist mit irgendwelchen skurrilen Etiketten und so oder eben versprayt. Das wussten wir, dass das passierte. Dass wir aber nicht wussten, dass es quasi als Unterstände für die Kühe und als Schattenspender für Kühe genutzt wird. Zum Beispiel, ja. Und dass es da den Gang gibt, dass jetzt sozusagen ihre Burg, aber das ist ja auch cool. Das heißt, wir haben das nicht geplant, aber wir wussten, es wird diese Art von Übergriffigkeit geben und es muss eben auch funktionieren. Ich denke, sowohl bei Ruta wie beim Baby Dragon, war die Art dieser direkten Konstruktion und dieser kraftvollen Struktur, dass das das Gebäude ausmacht und dass alles andere dann nicht unwichtig ist, aber irgendwo sekundär. Das war schon eine wichtige Erfahrung für diese Arbeit mit dem Statischen. Ich denke, mit dem wir an einigen Projekten das versucht haben zu machen, vor allem in Berlin, aber jetzt auch zum Beispiel in Paris mit sehr viel leichteren Mitteln, mit Holzbau oder mit kleinen vorproduzierten Stahlelementen zum Beispiel. Dass man sich versucht, dort auf das zu konzentrieren, was man irgendwie mit gutem Gewissen glaubt, kontrollieren zu können. Dass das Gebäude so gebaut wird, wie wir das zeichnen, dass die Qualität, die wir räumlich und architonisch wie uns am wichtigsten ist, dass wir das versuchen zu garantieren über diese Strategie. Ich glaube, das war eine große Lern, wichtige Lernerfahrung. Das ist in Nikschic, in Montenegro auch, Dom Revoluzzi heißt der, also aus der Revolution. Und da haben wir den Wettbewerb gewonnen mit einem sehr einfachen Vorschlag, sozusagen vor der Enormität des Problems, dass eine ganz kleine Stadt einen riesigen Berg mittendrin hat, von einem nie fertigstellbaren Gebäude. Da haben wir gesagt, also ganz einfach, wir machen eine Regel, die heißt 70 Prozent belassen, so wie er ist. Niemand wird das je fertig machen können, niemand wird es abreißen können, niemand wird mit dem klassisch, mit klassischen heutigen Mitteln umgehen können. Also sagen wir, wir schauen uns, es ist auch einfach interessant genug als Objekt, dass es schön wäre, wenn es so bleibt. 30 Prozent wird irgendwie neu programmiert mit relativ wenig Geld und nur 10 Prozent. Da muss man an den strategisch richtigen Orten so intervenieren, dass das Ganze aus einer öffentlich- Toilette, Waldrand, weiß ich was, so Dunkelzimmer mitten in der Stadt zu einem guten öffentlichen Ort wird. Wenn man jetzt so Verfahren anschaut, städtebayerische Verfahren, dann könnte ich jetzt schon zwei, drei Beispiele nennen, wo wir versuchen, eine Schiene zu fahren und sagen, ja, es gibt Dinge, die müssen wir jetzt entscheiden. Und dann machen wir doch nur das bitte und den ganzen Rest jetzt nicht. Und das widerspricht dann aber ganz klar nach der Denke, wie sie auf den Ämtern quantiziert wird, weil letztlich der Architekt in so Verfahren gebraucht wird, um mögliche Zukunftsbilder gesamthaft, weißt du so, zu illustrieren, oder? Weniger als jetzt zu sagen, schaut mal, jetzt einfach, eigentlich der ganze Rest, dazu müsst ihr noch gar keine Aussage machen. Weder was die Dichte angeht, sonst geht es mir einfach nur darum, diesen Platz so umzunehmen, da kann er sowohl das, wie auch das. Die andere Frage wäre ja auch, kann man ein Projekt machen, wo man wie mit 30 Prozent, die man selber bestimmt, wie quasi 71 Prozent offen lässt, wo man nicht gar nicht weiß, was das ist. Und das ist, das Modezentrum in Berlin arbeitet genau mit denen. Wir wussten von Anfang an, dass wir den Innenausbau nicht machen können. Also wir können das Innen überhaupt nicht kontrollieren, wie das dann wirklich aussieht. Und damit, also dann haben wir, also dann haben wir die Konzentration auf irgendwie diese 30 Prozent der Struktur, dann schlussendlich, die das Gebäude ausmacht. In der Hoffnung, dass Sie das dann alle so gut finden, dass Sie selber nichts mehr reinbauen, was in vielen funktioniert. Ich glaube, dass man auch nicht so einfach überformen kann. Also die Erkennbarkeit, dass es damit ist, es ist wie eine, also die Konzentration, und der Mittel auf 30 Prozent und den Rest, der kümmert uns dann erst auch mal wirklich überhaupt gar nicht. Und diese Offen, also das so offen zu lassen, und das ist doch auch immer wieder wichtig für uns. Und also dieses Fokussieren auf irgendwie etwas, und das nämlich so essentiell wird, dass es auch für alle anderen als essentiell wahrgenommen wird. Und für alle anderen auch klar ist, dass das nicht verändert werden kann. Oder sollte. Zuerst haben wir gedacht, jetzt machen wir doch gar nichts. Fassaden, also Fassadenwettbewerb führen. Und dann haben wir gedacht, ja, aber 160 Meter Kuhdamm von uns, ist schon noch gut. Und dann haben wir das gemacht, und wir haben noch, ja gesehen, sie haben irgendwie zehn angefragt, und das sind fünf, ähm, Dudler und Kollegen, und die anderen fünf waren Jürgen, Neuer, Haar, und wir und, äh, und, weiß ich was, so ein paar, ein paar, ähm, experimentell, also das sind Ausdruck, irgendwie, weniger klassisch. Und dann haben wir gesagt, ja, Fassaden können wir so schlecht, komm, wir machen den einfach, damit wir, als Fingerübung. Und, ähm, ich glaube auch, da haben wir dann jetzt, dass wir dann, wie gesagt, wir schauen das radikal, nur als Fassade, was interessiert uns, und was kann man da überhaupt machen? Und dann habe ich trotzdem wieder innen angefangen, und habe gesagt, ähm, das Gebäude wird, weder während der Planung, noch später, ähm, kontrollierbar sein. Also, da kommt ein Center Manager, und der will dann innen alles wenden, oder dann will einer wieder alles offen, das heißt, diese Fassade muss, ähm, alles können, und sollte noch einen Ausdruck haben, oder? Das heißt, etwa das ist dann diese klassische, ähm, jetzt, was heute gemacht wird, überall diese, großen Lochfassaden, mit, mit, äh, also, große Fenster, die aber in normalen Fall nicht Fenster, sondern Vitrinen sind, ähm, und nebendran, dann schön Steinverkleidung, oder? Das ist so das Passporto, für, innerstädtische Shopping, äh, Development, oder? Wir haben gesagt, wir fänden interessanter, wenn man, mehr mitbekommt, dass das auch gar nicht zusammenfindet, innen und außen, das heißt, wir haben versucht, über, einfach 16, 60 Zentimeter, über diese Glasbausteine, eine kleinere Öffnung, so ein bisschen, man weiß nicht recht, ist es Kaufhaus, oder ist es Büro, und man hat die Fenster, wo man sieht, auch neben den Fenstern, durch die Glasbausteine, es ist so eine Art, ähm, Sfumato, ähm, Architektur, manchmal vertikal, manchmal horizontal, ganz einfach, ähm, die, ähm, nie ganz bewältigen wird, auch am Anfang nicht, was hinten dran ist, und deshalb auch sehr resistent ist, gegen spätere Übergriffe, wenn es denn so kommt, mich interessiert, wie, wie die Dinge gemacht werden, und, also das ist für mich wieder, wir sind da auch sehr unterschiedlich, oder wie wir, wie, was wir, was wir wo sehen, und, ähm, mir geht es, mir geht es nicht darum, dass ich, dass ich das, irgendwie das Schweizerische ablehnen kann, sondern ich möchte, wie, das Gegengewicht, äh, spüren, wie, wie andere das Gleiche anders machen, und daraus wieder irgendwie eine, ähm, einen Mehrwert, äh, zu holen, oder? Aber trotzdem, ich wäre, das ist vielleicht zufrieden, wir haben uns von der gleichen Frage, aber, ich verstehe die Frage so, ähm, könntet ihr euch auch vorstellen, das an einem anderen Ort zu machen, oder, das euch dieses Interesse anderswo hinzieht, und ich habe das auch bei dir jetzt das Gefühl, das ist ja letztlich, ähm, wir sind in Zürich aufgewachsen, wir sind jetzt hierher gekommen, äh, ich bin schon wahnsinnig, ich bin schon wahnsinnig, das ist ja, nein, aber letztlich sind das doch Konstellationen, die, ähm, wo man dieses Interesse ausleben kann, oder nicht, und, ähm, also, als ich dieses Jahr Faktikum in Rom gemacht habe, wusste ich nicht in Rom großartig, aber als Römer würde ich Tag 2 wegziehen, weil diese, wenn der Ort dir nichts geben kann, was jetzt zeitgenössische, ähm, Berufs-, also ja, Fragen angeht, da musst du dort weg, oder? Und ich glaube, wir wären alle drei am Tag 1 nach, ähm, ich weiß nicht was, ein, 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 ein von der SVB dominierter Regierungsrat, Basel, der dann, weißt du, so diese Art, wenn jetzt die Masseneinwanderungsinitiative, also, ein Moment, wo man sagt, wenn am Schluss gar nicht mehr möglich ist, dass du all diese guten, dass es so international inspirierend hier ist, dann bin ich dann schon weg, und das habe ich das Gefühl, das stimmt jetzt, also, ohne dass wir das abgesprochen haben, für alle drei, und, äh, dann, ja, Lörrack, Studio Lörrack. Ja, ja. Ich denke schon, die meisten dieser Projekte sind ja in Zusammenarbeit mit jemandem entstanden, und ich denke, etwas ist mit einer der Motivationen, einer der Lust, dass ich das habe, das auch immer wieder regelmäßig zu machen. Und da sind natürlich auch dann Freundschaften entstanden, weil irgendwie Seelen- und Wahlverwandtschaften, die man irgendwie Lust hat, die weiter zu pflegen, von dem her, das sind ja nicht so strategische Momente, oder Diskussionen, weil wir auf diesen Marken eindringen, sondern wir sagen, nein, wir haben auch die Lust, auch mit den Leuten vielleicht etwas weiterzuentwickeln, oder vielleicht gewisse Dinge anders zu machen, oder vielleicht nochmal zu versuchen, und dann versucht man das natürlich auch in der Schweiz, aber auch, sei das jetzt in Frankreich, oder jetzt in Ljubljana, oder in Mexiko. Also jetzt bei diesem Projekt in Poissy, mit dieser ganzen französischen Baukultur, da habe ich mich jetzt viel heimischer gefühlt, als wenn wir jetzt plötzlich institutionelle Anleger, also wenn wir dort Bauern haben, die mir dermassen fremd sind, in ihren Denkheimen, in der Schweiz, dass ich mich hier, also mehr anstrengen muss, um irgendwie dort, also das Projekt irgendwo hinzubringen, wo es irgendwie, also ich mich wohlfühle, wo ich finde, das Projekt hat etwas mit uns zu tun, als an anderen Orten. Das ist, also es ist weniger, ich glaube viele die Projekte, die wir im Ausland gemacht haben, also inzwischen ist das eben weg, das ist im Allgrund Kulturkreis, aber es ist eben sehr stark verbunden mit Menschen, mit Leuten, und sobald sind die uns näher, oder durch die ganze Kultur ist uns näher, als gewisse Dinge hier in der Schweiz. Ganz doof, wenn jemand uns von, je weiter weg jemand anruft, und er uns haben will, desto klarer ist, dass wir auch gemeint sind, oder? Ja?